Ich möchte gerne nochmal mein Zwergenwald-Video gucken. Schon wieder? Dazu brauchen wir die Kassette aber nicht einzulegen, Tina. Halt einfach dein Ohr an Daddys Kopf, da drin läuft sie nämlich dauernd. Gar nicht wahr, ich höre nicht. Versuch es an seinem Bauch, da ist gerade eine ganze Blaskapelle unterwegs. Und das Cornet-Bee von vorhin setzt gleich zum Solo an, Schatz. Nein, ich will jetzt lieber mein Video angucken. Und da ist sie wieder, die Musik, die einem ins Ohr und durch Mark und Bein geht. Und ein Leben lang im Kopf sich dreht. Mag ihr mit mir? Aber Spatz, wir gucken doch dein Video. Bitte, 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 bitte. Das Wort hätten wir hier nicht beibringen sollen. Na gut, fangen wir an. Kriege ich mal Lila? Nein, das brauche ich gerade. Hey, du malst ja gar nicht die Felder aus. Natürlich male ich die Felder aus. Ach ja? Hör auf, Bill. Lass meine Hand los. Warum? Lass meine Hand los. Und du den Stift. Erst die Hand. Na gut, ich zähl bis drei. Eins, zwei, drei. Was los, du Riesenbaby? Du bist das Riesenbaby. Was sind wir denn bloß für ein Vorbild für Tina? Wo ist Tina? Oh Mann, das passiert jedes Mal. Sie geht weg und wir malen dann ihre tausend Malbücher aus und gucken ihre Videos. Sie hat die Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege. Sieh nur, Bill, das süße Eichhörnchen tanzt. Oh. Ah, es hat das Lila, Bida. Ah. You can read.